Gut, dann würde ich auch sagen, wir fackeln nicht rum. Wir fangen gleich an. Also ich versuche immer, die Übung so ein bisschen zu erklären. Wir fangen jetzt gleich erstmal an mit so ein bisschen 15 Minuten Aufwärmen. Wir machen so ein bisschen diese Standardübungen, die wir normalerweise auf dem Squashcord auch machen zum Aufwärmen, nur ein bisschen abgewandelt. Ja, wir machen jede Übung jetzt erstmal. Wir machen zwei Runden. Eine Runde sind jeweils zehnmal ein Intervall. Okay, dass ihr Bescheid wisst. Ich gehe mal so ein bisschen auf meine Position. Ich hoffe, ihr versteht mich. Geht auf jeden Fall schon leiser so was. Er braucht mal einen Schuhe. Ich mach Barfüß. Ja, dann mach ich das. Ich muss mal gucken, ob ich hier hinbekomme. Über Airpods ist bestimmt besser. Ja? Hey, Ulle, komm rein. Guck mal, ob das klappt mit den Airpods. Ja, der verbindet aber leider irgendwie nicht. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ja? Ja, können Sie. Ich habe nur alle mute gemacht, sonst hast du die Geräusche halt immer. Letztendlich. Ah, ich habe schon gewundert. Ich habe mich jetzt besser hören kann mit meinen Airpods. Ja, es ist gute Qualität, Hendrik. Okay, das ist sehr gut. Okay, sehr schön. Gut. Dann gehen wir alle mal zu unserer Matte. Dann wollen wir auch nicht lange packeln. Also, das Einzige, was ihr braucht, ist ein kleines Handtuch, ja? Dass ihr ein bisschen guckt, was ihr so treibt. Also, wie gesagt, erste Übung. Wir fangen an mit den Ausfallschritten. Schön runtergehen, dass ihr eine Position habt, ja? Ihr geht dann immer hoch, wechselt das Bein, zieht mal den Oberkörper, einmal nach links, einmal nach rechts, hoch. Eine Wiederholung. So, runter, andere Seite. Zack, hoch. Wieder in den Ausfallschritt runter. Einmal drehen, nach rechts und links. Und wieder hochgehen. Und dann wieder die andere Seite vom Fuß. Ja? So, immer schön die Arme schön gerade vor euch, dass der Rücken schön gerade ist. Und dann drehen nach links, einmal nach rechts und wieder hoch. Wieder runter, einmal nach rechts, einmal nach links und wieder hoch. So, wiederholen wir noch viermal. Eins. Zack. Zack. Zwei. Drei. Und nochmal der Zehnte. Okay, super. Gut. Ab da die Erste. So, jetzt machen wir genau dasselbe Spielchen. Andersherum. So, dass wir nicht die Ausfallschritte nach vorne machen, sondern nach hinten weg. Okay? Auf geht's. Also, diesmal startet ihr jetzt vorne. Ausfallschritt nach hinten. Drehung rechts, Drehung rechts, Drehung links, nach oben. So. Ausfallschritt nach hinten. Drehung links, Drehung rechts, wieder nach oben. und wieder der andere Fuß, sodass ihr jeden Fuß fünfmal den Ausfallschritt nach hinten macht. Hoppala. Zack. schön tief runtergehen, sodass das Knie fast auf dem Boden ist. Drehst so weit oben, schön weit runtergehen, längerer Schritt und Drehung. sieben, acht, neun und zehn. So. sehr schön. Sehr gut. So, erste Runde haben wir. Machen wir auch direkt weiter, keine große Pause. Machen wir das Ganze jetzt mit den Seitwärtsschritten. Das heißt, ihr geht auf die Position, stellt euch gut schulterbreit hin und dann verlagert ihr euer Gewicht zur Seite. Füße bleiben beide auf dem Boden und dann wippt ihr einfach nur in die andere Richtung. Ich mache das auch nochmal so seitlich, dass ihr das seht. Ich wippe zur einen Seite, Oberkörper geht weit nach vorne Gesäß geht nach hinten und dann verlagere ich mein Gewicht auf die andere Seite. Das macht ihr das Gewicht verlagern macht ihr fünfmal pro Seite. Füße bleiben immer auf dem Boden bis sich das eine Bein streckt. Sehr gut. So, immer schön weiter. Immer versuchen runter zu gehen. Achtet auf eure Füße, dass eure Knie nicht über die Zehenspitzen gehen. Sehr gut. Weiter so. Einmal runter in die Dehnung. Jede Seite noch einmal. Einmal. Eins. Und eins. Sehr gut. Kurz einmal auslockern. Nur zehn Sekunden. Dann machen wir das ganze Spielchen nochmal. So. Zweite Runde macht ihr mal. Jeder bei sich, sodass ich ein bisschen gucken kann, was ihr macht und dann verbessere ich euch noch. Kaya, seitwärts. Seitwärtsschritte. Ja, genau. So, wen haben wir da? So, Valentin. Komm, schön runtergehen mit den Füßen. Sehr gut. Zählt selber mit, bis ihr zehn Wiederholungen habt. Genau. Gar nicht so weit gehen, Kadisha. So. Sehr gut, Janek. Okay, langsam müsstet ihr so zum Ende kommen. Sehr gut. Okay, so. Haben wir jetzt ein bisschen die Beine stabilisiert. Jetzt machen wir dann genau dasselbe und gehen so in diese typischen Russen-Hocke, ne? Kennt ihr ja hier. So, zack. Beine ein bisschen breit. Ungefähr so breit wie eure Matte. Sodass ihr hier runtergehen könnt. Fußspitzen so ein bisschen nach außen. Dann könnt ihr besser die Balance halten. Sit, ich weiß, das ist extrem schwierig für dich, aber probier's einfach, ja? So. Jetzt macht ihr folgendes. Zeig euch das einmal. Seid in dieser Position. Jetzt macht ihr wieder fünf Knieberührungen mit dem Boden pro Seite. Geht runter. Knie auf den Boden. Ja, dass ihr das seht. Dann geht ihr wieder hoch. Und die andere Seite. Knie geht auf den Boden. Zack. Und die andere Seite. So, ich guck mal. Machen wir weiter die Übung. Ich guck ein bisschen. Okay, sehr gut, Lea. Kaya, auch gut. Ah, sehr schön. Sehr gut, Valentin. Komm, Fabian. Schreng dich an. Sehr schön. Immer schön das Gleichgewicht halten. Wichtig ist, dass euer ganzer Fuß auf dem Boden ist, ja? Dass ihr nicht mit dem nur so oben seid, sondern ein kompletter Fuß und das Gewicht ist auch den Fersen. Dass ihr nicht dort so steht, ja? Nicht den John machen. Das ist ganz wichtig. Immer schön Füße auf dem Boden. Gewicht mehr nach hinten. Ja? Macht ihr kurz Pause und dann macht ihr das ganze Spielchen nochmal. Zweimal. Fünf pro Seite, ja? Insgesamt. Okay. Komm, Mathe. Gleichgewicht halten. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Danger, machst du auch mit? Ich sehe deine Matte gar nicht mehr. So. Okay. Gut. Dritte Übung haben wir im Kasten. Kommen wir ein bisschen mehr zum Oberkörper, zum Rumpf, ja? So. Ihr geht am Anfang der Matte. Geht mit den Füßen nach unten, sodass ihr gestreckt seid. Und dann geht ihr mit den Händen so weit wie ihr könnt nach vorne. und dann wieder zurück. Das ist ganz wichtig, dass ihr zurückgeht und nicht mit den Füßen nachzieht. Geht ihr einmal wieder hoch und wieder nach vorne. so weit wie ihr könnt. Und wieder zurück. Sechs Stück insgesamt. Zack. Wieder runter. weiter, 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 weiter. Und direkt die Vier. Geht so weit runter wie ihr könnt. Und haltet den Körper aufrecht in eurer Körperspannung. und die Fünf. Sehr gut. Weiter. Und der Sechste. Dann habt ihr eine kurze Pause. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Und einmal aufrichten. So, kurz durchatmen. Sehr gut. Okay. Sehr schön. So, einmal kurz verschnaufen. Jetzt machen wir genau dasselbe Spielchen noch mal. Nur jetzt steht ihr mit den Händen und geht mit den Füßen nach hinten in die Liegestützposition, in die längliche Position. und dann zieht ihr mit den Füßen zu den Händen wieder. Und dann geht ihr einmal nach oben, sodass ihr steht. Und dann habt ihr eine Wiederholung. Ja. So, macht das mal. So, dass ihr ein bisschen gucken könnt. Sehr gut. Lea. Kaya auch. Valentin auch. Sehr gut, Fabian. Jawohl. Nur auch schön. Immer die Beine gerade halten. Sehr gut. Sehr schön. Okay, ich mache auch noch mal drei Stück mit. Das wird natürlich auch vernünftig warm sein. So. Zack, zack, zack. Eins. Meine Matte aufstehen. Und die Drei. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Letzte der fünf Aufwärmübungen. Als nächstes kommt jetzt der Spider-Man. Kennt ihr ja ganz. Wir können aber natürlich jetzt nicht auf dem Squashcord hin und her laufen. Sondern wir machen das Ganze so. Ihr arbeitet immer mit einer Seite. Dann geht ihr mit dem Arm so weit nach vorne, wie ihr das kennt. Dann geht ihr mit dem Arm wieder zurück. Okay. Gut. Dann. Also. Liegestützposition. Fertig. Zack. Jetzt geht ihr mit dem Arm nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. So. Mal gucken, was alle hinkriegen. Schnell in Bewegung bleiben. und wieder zurück. Mal hier. Vielleicht wird mir. So. So. Weitermachen. Genau. Macht wieder fünf Bewegungen pro Seite. dass ihr insgesamt zehn habt. Ich zeige euch das nochmal. Liegestützposition. Andere Seite ist dann. Ihr greift mit dem Arm so weit nach vorne, wie es geht. und dann haltet ihr. Haltet aber auch mit dem Körper an den Spider-Man. Und dann wieder die andere Seite. Und wieder nach vorne. Und wieder zurück. Und wieder nach vorne. Und wieder zurück. Und noch mal nach vorne. Und wieder zurück. Jana, wie kannst du so Sport machen? Ey, ist ja Wahnsinn. Okay, sehr schön. Habt ihr soweit gut gemacht. Kurze kleine Pause. Dann machen wir sofort weiter. Nehmt euch was zu trinken. Setzen wir mal kurz hin. Ich frage Stefan mal, ob er euch alle wieder anstellen kann. Ich kann euch gar nicht hören. Können wir uns selber wieder anstellen. Können Sie auch selber. Ja. Schaltet euch dann aber wieder leise während der Übung. Also wir können mal gleich gucken. Wenn ihr ja nichts sagt, dann probieren wir das auch mal, dass ihr das anlasst. Weil dann könnt ihr auch direkt mal ein paar Kommentare geben im Notfall. Ist ja auch nicht verkehrt. Wenn man jetzt mal wieder herkommt oder doch noch mal eine Frage hat. Das Problem ist, wenn man das direkt anmacht, dann sieht man dich nicht. Weil der eine, der redet, kommt dann irgendwie so auf der... Einfach mal einstellen. Also man muss noch beziehungsvoll einstellen, auf mein Bildschirm gehen und mich anziehen. Dann siehst du mich die ganze Zeit. Du kannst ihn anpinnen nur. Du musst ihn pinnen. Das will ich auch von Hendrik pinnen. Wenn du oben rechts auf den Bildschirm gehst bei dir, dann ist da wie so drei Punkte. So oben rechts hier. Andere Seite, Hendrik. Der Spiegel verkehrt. Meeting-Einstellung. Nein, da sind so drei kleine Punkte. Ich habe keine drei Punkte. Doch, ihr habt alle da. Bei mir sind die unten rechts. Du sollst das sagen, ist vielleicht am Handy anders, falls ihr am Handy geht. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Na ja, wo drauf gehen wir da? Hört mal zu, ihr könnt ja auf das Video gehen vom Hendrik und dann macht ihr einen Rechtsklick und dann könnt ihr das wie innen. oder also doppelt bei Hendrik. Ja, das kannst du auch mal. Ich auch mal. Hendrik, sag mal was. Du hast die Flasche. Ja. Ich glaube, deine Koffer haben sich wieder also sind nicht mehr verbunden. Haben wir eine Flasche? Nee, ich brauche keine. Das? Nein. Ja. Ah, ich glaube, auf dem Handy muss man zweimal drauf drücken, so doppelt drücken. Danke. Nicht schießen. Ja, wir gehen jetzt rein. Du kannst noch einmal ein Silke ausgucken. Ja. 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 Sag, 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 stopp. Ich kann noch Schluss sagen. Komm. Tschüss. Können Sie mich jetzt wieder hören? Ja, nur Janne, es geht die ganze Zeit dazu schlecht. Deswegen bist du zu schlecht. Ja, Janne, machen wir mal stumm. Zack. Okay. Gut. Also, könnt ihr mich jetzt wieder hören? Gut. Also, Pause ist vorbei. Na, da kommen wir jetzt ein bisschen zum Kraftteil. Geht mal rüber. Geht wieder auf eure Matte. Wir fangen an. Bisschen so mit Yoga mäßig so. Gruß zur Sonne und wieder zurück. Das heißt, ihr geht so in diese Position. Geht dann einmal nach hinten. In diese Beuge. Und dann geht ihr so nah wie möglich über den Boden. Nach vorne. Und dass ihr einmal in die Streckung kommt. Aus dieser Streckung. Wieder nahe über den Boden zurück. Und wieder nach vorne. Das war eins. Eine Wiederholung. Wir machen das Ganze zehnmal. Und davon machen wir zwei Runden. Okay? Also, auf geht's. Und... Vorne. Und wieder zurück. Immer so nah wie möglich über den Boden. Und dann wieder nach oben. Und wieder zurück. Wenn ihr nach vorne geht, wichtig, schön die Pocke nach vorne drücken. Ja? Damit sich das Bauchfell, das Feuerzwerksfell einmal schön nach vorne drückt. So, zwei Stück noch. Ich habe gerade Fragen, wie oft denn? Zehn Stück. Ich habe gerade noch ein bisschen in den Schneidersitz gehen oder so. Einmal kurz mal aufgespannen. Dann machen wir direkt noch eine zweite Runde hinterher. Wie gesagt, nur eine kleine kurze Pause. Und dann direkt die nächste Runde. Auf geht's. Nochmal wie viele jetzt? Zehn Stück. Also ich zeige nochmal, was eine Wiederholung ist. Zurück gehen. Nach vorne. Das ist eins. Dann wieder nach vorne gehen. Durchstrecken. Runter gehen. Zurück. Zwei. Wieder nach vorne. Wieder durchdrücken. Und wieder zurück. Drei. Wichtig ist, dass ihr mit eurem Bauch nicht über den Boden schraubt, sondern immer leicht über den Boden bleibt. Der Bauch berührt niemals den Boden. Also nicht so. Immer so weit oben, dass die Hüfte und dann nach hinten drücken. Dann wieder zurück. Dann seid ihr im Endeffekt in einer tiefen Liebgestützposition auf den Knien. Dann drückt ihr euch wieder nach hinten weg. Verweck. Weg. 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 in dieser Position. Hier. Wichtig ist, dass ihr jetzt nicht diesen runden Rücken bildet, sondern mehr so die Brust raus. Die Brüste sind schon bereit. Jetzt gehen wir mit dem einen Arm nach vorne und dem Bein nach hinten. Dann gehen wir hier unten einmal mit Ellbogen und Nied zusammen und strecken uns wieder aus. Machen wir zwölf pro Seite. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, sechs, sieben, acht, zehn, zehn, acht, neun, acht, neun, acht, neun, sechs, acht, neun, sechs, 7, 8, 9, 1, 12. Sehr gut. Kürze Pause. So, wie geht es denn? So, Vicky hat die Probleme, sehe ich gerade oder okay? Henrik, kannst du was laut sagen, weil ich kann nur leer sehen? Ja, nur, dann drück doch mal auf mein Bildschirm, da kannst du mich pinnen. Da müsste so ein Ansicht kommen und dann kannst du mich pinnen und dann siehst du immer mich groß, egal wenn die anderen was sagen. Hast du das hinbekommen? Ja? Okay, oder nein? Noch nicht, aber ich schaffe es gleich. Geh mal dahin, wo alle Bildschirme angezeigt werden, mach dann Doppelklick. Genau, geh einmal Ansichtgalerie. Also auch Henrik dann. Jawohl. Okay, egal, nur unten, fuchte noch ein bisschen weiter. Der Rest, zweite Runde. Nur wisch einmal nach, da unten sind ja so Punkte, wisch in Richtung, wo die meisten Punkte sind. Dann kompliziert die Technik heutzutage rein. Ja gut, egal, wir machen jetzt trotzdem weiter, nur fuchte noch. Also, zweite Runde, drücken runter, diagonal strecken, Bein und Arm. Und dann mit Ellbogen und Niel zusammen. Fünf, schön. Drei, vier, fünf. Ich habe es geschafft. Sehr gut. Sieben. Stark. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und zwölf. Wechseln. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und zwölf. Sehr gut. Gut. Okay. Entspannen wir die Arme mal ein bisschen für den Moment. Gehen jetzt alle in den Crunch. Ganz normale Crunches. Wir werden immer viermal zehn Stück machen. Mit einer halben Minute Pause dazwischen. Ja, nur noch mal zum Verständnis. Crunch. Eins. Zwei. Ja. Beine sind gestreckt. In der Luft. Oberkörper nach hinten. So. Und dann geht einmal alles nach oben und nach vorn. Eins. Zwei. Okay. Alle bereit? Dann fangen wir an mit drei. Zwei. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Schön die Beine ausstrecken. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Wir machen die Pause vor einer halben Minute. Bisschen entspannen. Mit dem Kuppen. Wichtig ist, dass ihr immer versucht, euren Rumpf in so einer leichten Spannung zu halten. Und mit dem Bauch arbeitet und dem unteren, in den oberen Oberschenkelbereich, dass der an der Spannung ist. Weil wenn ihr da keine Spannung entwickelt, dann geht ihr runter wie so ein Rassersack. Dann bringt das ganz nichts. So. Okay. Zweite Runde. Den Stück. Bereit? Drei. Zwei. Zwei. Und los. Eins. Zwei. 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 Fünf. Sechs. Zeben. Acht. Moment. Und zehn. Vielen Dank. Dritte Runde. Auf geht's. 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, letzte und letzte Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, kurze Trinkpause, trink kurz was von 3, 4 Minuten. Meine Hüften knacken dabei immer. Ja, das ist ein bisschen Luftgesicht dabei. Ja, fühlt sich mega angenehm an. Nee, das tut voll weh dann. Noch 5 Jahre, dann brauchst du nur neu. Ja, dann schaff dir schon mal eine gute Versicherung ab. Ja, ja. Ich bin dann kurz einmal weg, würde mir was dann zu trinken ganz schnell holen. Ja, jetzt aber schnell deinen Job. Nur, warum bist du so fröhlich? Ich? Nee, nur. Nur, nur ist immer fröhlich. Weil ich meine eigene Musik höre. Ja, das ist, ja, 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 ja. Du sollst zuhören bei den Übungen, ne? Ich hab die ganz leise. Ja, ja. Du hörst gerade eh nicht so, wie ich will. Hört ihr mich jetzt besser oder schlechter? Oder gleich? Ja, ist. Immer ein bisschen vom Mikro weg, dann kann man das besser beurteilen. Ja, aber ich versuche das gerade mit meinen AirPods zu regeln, aber die wollen nicht so, wie ich will. Hört man mich jetzt anders? Nein. Die Musik. Das ist alles scheiße. Egal. So, gut. Genug Pause gemacht? Du hast drei, vier Minuten gesagt. Ja, voll leise. Dann müde ich mich wieder. Okay. Sind aber noch zwei Übungen vom Hauptteil. Dann haben wir es schon geschafft. Jetzt wird es aber ein bisschen anstrengender. Wir machen dreimal 15 Push-Ups. Allerdings machen wir die Push-Ups so, dass... Ich bin nicht mehr glücklich. Dass wir ein Bein dabei in der Luft halten, ja? So, das heißt, Push-Up-Position. Ein Bein hoch, runter und hoch. Und dann das andere Bein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Sehr gut. Schön. Okay. Du hast wieder eine Pause von einer halben Minute. Und dann kommt die zweite Runde. So. und dann kommt die zweite Runde. Und dann kommt die zweite Runde. Weiter geht's. Fortgehen. Zack. Bein nach oben. 1, 2, und 4, und 5, und 6, und 7, 8, 9, 10, 11, 13, und 4, und 7, 8, 10, 11, 11, 11, 19, 20, 21, 23, 23, 24, 23, 23, 23, 24, können. So, bitte Runde. Fangt an. Ich gucke mir ein bisschen an, was ihr macht. Auf geht's. Jeder hat 14 Stück. Du kannst einfach nicht mehr. Deswegen guckst du zu. Wenn du willst, machen wir gleich noch eine vierte Runde. Ah, ich sehe gerade, mein Bruder ist auch aktiv geworden. Genau, im Notfall, wenn ihr die 14 nicht schafft, geht ihr auf die Knie. Das eine Bein oben ist dabei. Nicht nur mit den Top-Wippen. Hallo. Mach die Übung mal auf den Perser da hinten. Ja, das kommt ein bisschen edler, ne? Okay. Habt ihr das alle? Sehr schön. Gut. Also, als nächstes machen wir die Glutbridge. Ja? Hüchse eben. Auch wieder einbeinig. Geht nach oben. Hüfte strecken. Bein hoch. Untergehen. Auf den Boden. Und hochdrücken. Oben bleiben. Bein wechseln. Bein wechseln. Runtergehen. Und wieder hochdrücken. Bein wechseln. Bein wechseln. Bein wechseln. Und wieder hochdrücken. Aber machen wir auch. 14 Stück. Runter. Und hoch. Unter. Hochdrücken. Bein wechseln. Und wieder hoch. Zack. Bein wechseln. Bein wechseln. Runter. Und wieder hoch. Bein wechseln. Runter. Und wieder hoch. So. Drei Stück noch. Eins. Drei. Und drei. Sehr gut. Halbige Minute kurz Pause. So. Okay. Zweite Runde. 14 Wiederholungen. Jetzt Beine nach oben. Bein strecken. Runtergehen. Hochdrücken. Ein wechseln. Runter. Hoch. Ein wechseln. Zack. Bein wechseln. Runter. Und hoch. Rücken. Sieben. Seien. Jede Seite noch. Zweimal. Zack. Beim Wechsel. Zack. Hoch, Beinwechsel, runter und hoch, okay, gut, wieder kurz Pause, halbe Minute und dann die dritte Runde der Groove Bridge, okay, dritte und letzte Runde, auf geht's, zack, alle hoch, Hüft nach oben, runter mit dem Bein nach oben und wechsel, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben, weitermachen, weitermachen, guck noch mal ein bisschen, schön weit nach oben strecken, gestreckt lassen, mit der Hüfte runterdrücken, runtergehen und hochdrücken und das Bein wechseln, warum richtig die Hüfte nach oben drücken, Klaas, nicht wie so ein alter Mann, Simon, auch nach oben gehen, komm, auch wenn ich dich nicht sehe, sehr gut. Ich bin schon fertig, Mann, ich habe mich gerade gewundert, dass du mich siehst. Ja, weil ich dich nie mehr sehe, was ist da los? Besser so. Hendrik, der wird nicht sagen dürfen, dass du ihn nicht siehst. Hendrik, machst du auch schon Pause auf dem Boden, oder? Ich glaube, Hendrik ist schon verschwunden, der hat schon keine Lust mehr. Nein, da ist er noch. Ah, der hat geschlafen. Er hat wieder aufgewacht. Okay, sehr schön, gut, das war der Hauptteil. Jetzt machen wir zum Abschluss noch mal sieben Minuten Kabilisationstraining. Jawohl. Okay, also verguckt mal, dass ihr vielleicht einen Timer bei euch selber habt. Jede Übung machen wir eine Minute lang mit 15 Sekunden Pause dazwischen. Wir machen erst die normale Plank, dann machen wir die seitlichen. Seitliche Plank, eine Minute, dann 15 Sekunden Pause, andere Seite, dann Crunch, halten. Dann die Glutbridge, die wir gerade eben gemacht haben, wo beide Beine auf dem Boden sind und die Hüfte nach oben gedrückt. Und zum Abschluss machen wir dann noch mal Squat, halten mit Wippen. Okay, nur nicht einschlafen. Hendrik, kannst du uns nicht ansagen, wie lange das ungefähr... Ich versuche es zu machen, ja. Aber falls es nicht klappt, falls ihr mich nicht hört, dass ihr trotzdem Bescheid wisst, okay? Gut. Zack. Alle auf eure Position. So, also... Hör nochmal nicht groß, um die Gasee. Okay, gut. Auf geht's. Eine Minute. Plank halten. Dass wir in der Mitte. Highline. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Arm schön in die Luft. Ihr könnt auch noch das Bein dazu nehmen, wenn ihr wollt. Richtig ist, dass der Arm oben ist, dass euer Rücken schön gerade ist. Dann nicht hier irgendwo hier unten oder gegendrücken. Jede Seite eine Minute oder 30 Sekunden? Jede Seite eine Minute. Drei, zwei, eins und stopp. 15 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und die andere Seite. 5, 4, 3, 2, 1 und die andere Seite. Drei, zwei, eins und stopp. Okay. Den Crunch von gerade eben, ihr kennt ihn ja schon. So, das heißt, geht auf euren Popo. Beine nach oben und Arme nach vorne, sodass ihr eine parallele Linie bildet. Beine nicht komplett durchsprecken, sondern leicht anwinkeln, sodass ihr eine Linie habt. 20 Sekunden noch. 20 Sekunden noch. Und dann drücken, eine Minute nach oben drücken. Eine Minute nach oben drücken. Okay. 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 3, 2, 1, und stopp, okay, andere hoch, das war jetzt das letzte, richtig schön weit, Füße ein bisschen nach unten, so wie der Sumo steht, dann geht ihr ein bisschen nach oben, so dass ihr hier schön die Bilder, die Rücken habt, und dann wirbt ihr, habt jetzt eine Minute, eine Minute, 10 Sekunden nach oben und nach unten, reichte Bewegung, weitermachen, weiter, eine halbe Minute noch, weil es da brennt, 15 Sekunden noch, Gott, 10, 5, 4, 3, 2, 1, und stopp, okay, das war schmerzhaft, ja, ist gut, ne, ne, ah, schön, schön, okay, sehr gut, dann trinkt was, ja, Brot vom Ganze, habt das geschafft für heute, das war schlimm, ja, das war gerade so schlimm, war es gerade warm, das war schwer und schlimm, ach, nur, stell dich nicht an, danke dir, Henrik, gerne, Klaas, so, gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, unfassbar, dann kriege ich das auch noch hin, dass wir mit den Airpods funktionieren, dass ihr mich besser hören könnt, zwischen den Übungen, und beim nächsten Mal, man hört es schon, also, man hört es schon, also, man hört es schon, das ist eigentlich ganz okay, ja, hatte ich aber eigentlich ganz gut gehört, ja, also, schrei mal nicht ins Mikrofon, also, beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass ich alle sehen kann, auch, ne, weil, ist dann doch schöner, als dann nur die Namen zu sehen, ja, okay, also, nächste Woche Dienstag, äh, nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, ist dann die nächste Runde, nächste, war nicht übermorgen, warum nächste Woche, nein, Entschuldigung, äh, alles klar, nächste Woche wieder, nein, so, ja, wir freuen uns, wir sind auch ein bisschen außer Atem, ne, ich muss auch erst ein bisschen, klar, komm, also, immer dienstags, donnerstags, immer um 18 Uhr, solange wir jetzt, äh, wir Corona-Freunde haben, machen wir das Training, das heißt, jede Woche zwei Einheiten für euch, seht natürlich zu, dass ihr weiterhin in der Zeit ein bisschen was macht, ne, weil ich denke, alle die Übungen, die ihr jetzt mit mir hier macht, könnt ihr auch so alleine machen, dann seid ihr nächstes Mal nochmal ein bisschen besser vorbereitet. Gut. Gut. Ich bräuchte mal ne Mathe, he he. Ja, ne Mathe, ne, also Amazon regelt das. Jaja. Kannst du mal deinen Gutschein benutzen, den du vom PSC bekommen hast? Kann man das, ah, stimmt, stimmt, den hab ich ja. Perfekt. Perfekt, leer geht's. Aber vielleicht, vielleicht muss der noch für andere Sachen genutzt werden. Ach, komm, das ist, was klappt mein Schuh auf meinen kleinen Zeh gefallen. Oh. Oha. Sehr gut. Aber wenn ich diese Kamera starten möchte, dann steht da, das Video kann nicht gestartet werden, die Videokamera konnte nicht gestartet werden. Wären Sie bitte eine andere Videokamera in Einstellung. Aber vorhin hat's noch ein Technik-Support machen jetzt. Vorhin hat's bei dir noch nicht geklappt, Jan, da hab ich deine Mathe noch gesehen. Ja, vorhin ging's auch, aber jetzt irgendwie nicht. Kann ich nochmal einen Neustart probieren. Ja. Ja. Bis Donnerstag. Bis nächste Woche Donnerstag, ne? Ah, bis Donnerstag. Bis morgen, Hendrik. Bis morgen. Oder bis morgen. Bis morgen. Also, nur, wann beginnt die nächste Stunde? Also, Mittagspause. Äh, 12 Uhr 15. Ach so, ja. Ah. Danger! Ja, jetzt. Als auch was ich nicht gewusst hätte. Jana, hast du auch schön mitgemacht? Ja. 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 Gar nicht da. Ja, ja. Okay. What? Tschüss. 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 Tschüss.